wir müssen okay Barrikade also ich habe jetzt eine Headshot eine Headshot okay Headshot ich Dumporn 2 keine Ahnung weil ich nur einen hab weil ich Züge mag okay es kommt jetzt im Sommer kommt ein neuer Zombiefilm raus ja man nur die machen mir immer so dolle Angst World Wars sie World Wars Sea World Wars Sea ja und War Sea ist ja auch ein Game Wotendorf oder könnten gleich auch mal ausprobieren oder könnten gleich auch mal ausprobieren was heißt das eigentlich das ist schweizerisch weil bei uns im Geschäft sagen dass die aus dem zweiten haben oder 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 der eine Russe ja meine Mom ruft an ja dann ich mute mein Mikrofon bis später hallo hallo das ist so ein Steinbruch aber hier ist irgendwie keiner bei Steinbrüchen stehen manchmal Autos ne da ist auch keiner alter alter so so manchmal frage ich mich was die Zombies hier überhaupt machen ja schon ja schon wie der jetzt zum Beispiel der steht einfach nur da guckt mich dumm an ach man sollte Zombie sein ja hey ich bin wieder in der Stadt oh jetzt töte ich den dann noch oh toll ich rede wieder mit mir selbst ey das ist das ok ok also wenn's der Berg ist wo ich denke ja ich komm jetzt nach Elektro echt ich auch ja der Hammer können wir uns treffen echt ich glaub ich auch irgendwann mal in 3 Tagen oder so ja so morgen früh ach Domi welche Farbe hat denn die FPS Zahl 14 rot ne welche ja gut scheiß Zombie hofft mich zum Block rot ja dann Zeitzahl anders rot für die Liebe aha ja uh sexy die Liebe an unsere Zuschauer oh ja das hast du aber toll gesagt ich weiß danke da muss sogar Matze schon anfangen zu weihen und Matze ist eigentlich ein ganz harten oh ja und Matze kommt immer nur in den Garten hä Matze scheint Skarbmetall was Skarbmetall keine Ahnung ich weiß immer ich weiß immer nur nicht warum ich den Scheiß auf Englisch hab hm du hast bestimmt bei den Installation immer auf weiter gedrückt weiter 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 Sprachauswahl Englisch weiter lol das ist sehr 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 gut möglich Sprachauswahl Russisch weiter was oder japanisch japanische japanische Zeichen ohja ja ja möchte ich warte dieses Bild da mit der Mandarine die was zu dem Apfel sagt und die der Apfel dann I'm sorry I don't understand Mandarin haha das kenn ich wo oder das Bild ich äh was Matze uns grad geschickt hat hmhm Alter Matze du bist so ein Link ich mein ich mein ich mein ja ich weiß tut mir leid ach dieses Jahr darf man dürfen wir doch nein Domi du darfst noch nicht glaub wählen aber ich darf wählen Matze ich bin da wo wir vorhin waren in se gleiche Haus wo waren vorher in vielen Häuser ja da wo wir alle zu miss gekillt hab haha ok liegen die noch rum nee fail hier ist wieder meine Pepsis zwei Stück ich hab wieder irgendeine App runtergeladen wo ich jetzt die ganze Zeit Werbung bekomm oh ich hasse es eiße Frauen ab 40 was 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 ich hab nichts gesagt und nichts gehört das ist nicht ab 40 sondern ab 50 ok 32,4 was ich mag Züge ok ich mag hat Schatz hat Schatz Domi Domi ich bin am 26. Juli dabei bei mir grillen wo ja so halt bei und bei mir im Garten wo ja so halt auf Toilette ah ok ja oh auf Toilette klar was wollen wir grillen ich Spare Ribs Spare Ribs ja man ja ey ich guck vielleicht denke ich bisschen Schastick ein ich hoffe da ruft jemand an alter ich werd gleich rot 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 heißt tot rot heißt tot ja man ne dann werd ich blau grün pink ok gute Farbe bin ich ok ich mag Züge oh die Tür ist zu hallo Parkour hallo ich hab's zu früh gesprungen oh du da oh da ist ein Lagerhäuschen hey hier gefunden lol da liegt ein toter Zombie drin lol in der Parkour ja in der Parkour das darfst du doch gar nicht ey ich bin Kameika 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 dann musst du glaub nach rechts laufen wenn du am Strand stehst dann ähm kommsch nach Ciano ich bin auf der Straße unser Ort ja wenn du mit dem Rücken zum Strand stehst musst du nach rechts laufen dann kommsch nach Ciano mit dem Rücken zum Strand also Riesenwald ja ich renne jetzt mal in Detektor rein so Geronimo haha mach ich jetzt auch gleich ja du musst Dobi du musst halt das heißt ich muss nach links ja wenn du mit dem Rücken zum Wald stehst dann musst du nach links ich will aber zu euch und ihr seid ja dann da muss ich rechts ne dann musst du durch Ciano erst da durch ähm ich glaub ich seh dich Billy jetzt ne doch nicht seh'n'n Zombie der doch ich seh' dich ich seh' jemand mit der Headshot rumlaufen ich steh'n Headshot ja man ja siehst du mich nee wo bist du warte ich komm angerannt dreh' ich mal rum hinter dir auf der Straße ja ok ich komm naja da riech äh da riech' ich lauf' du durchs Elektro hallo ähm ziemlich weit ja dann kommst du gegen ja wir looten noch ähm Elektro und dann komm ja mal eben Elektro looten ja mal eben ne weil's dann ähm kannst du Ciano looten und wir treffen uns dann in der Mitte joo klar ja ach du weißt was lustig ist hm wenn jemand denkt er muss auf uns schießen ja kriegt er alle Zombies ach ja ach ich komm da gar nicht drunter ja oh ja da wird's so schön oh oh was wo ach ja zwei brauch ich ja als ich toll erstmal in das Haus erstmal in das Haus ja nein meine Röder oh oh da ist die Schule ich hab Angst vor der Schule da campen sie immer drin ja man ja wie kenn ich dann hä ich spiel verarscht mich doch zweimal vier kann es sein dreif natürlich jiga okay ich hab zwei Dosen Pepsi ach du ja ich hab okay ich hab ne Cola alles gut jiii und ich hab ne 12 äh Billy tauschen wir Cola gegen zwei Pepsi okay WTF ne lol 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 da kommt noch mal eine rein doch nicht oh doch da noch einer ich glaub von an hier von der Seite ne der ist raus ach da kommt noch mal eine rein reingekrochen reingekrochen tot ok gehen wir Schule irgendwie hab ich Angst vor der Schule irgendwie hab ich Angst vor der Schule